Guten Tag! Guten Tag! Ich weiß jetzt was ich mache. Sag mal! Guck mal, er hier. Der ist low. Ja, und? Mach was! Schleich dich! Da geht's nass! Okay. Ja. Ich möchte in Ruhe was craften. Und das hier. Das teuer. Oh, Digga. Jeet! Wieso hast du nichts zu tun? Ich geh ja auf'n Date hin. Am Spawn. Mit wem? Mohammed. Mhm, okay. Ich mach das doch nicht. Ich guck jetzt erstmal hier hinten, ob das jetzt klappt. Die Magnum Torch, nämlich wieder umgestellt. Geil, seitdem spawnt hier nichts. Nice. Ja, doch. Perfekt, das muss ich mir anschauen. Alter! Bruder, das ist nicht dein Ernst. Ich warte hier. Grindr? Ah, wieso bist du immer so schnell hier? Fah, Mob-Essenz. Soll ich dir mal jetzt was sagen, was du jetzt tun wirst? Komm damit. Ich zeig dir das mal. Flieg mir mal hinterher. Langsamer. Wo ist dein Holzbahnhof? Hier kommt der hin, oder? Mhm. Ja, weißt du was du da jetzt machst? Mhm. Ich brauchst den jetzt. Viel Spaß. Fragbar ist zu verautet, das finde ich gut. So. Komm, steht Andreas hier draußen. Das ist Andreas Sohn. Das ist Andreas Sohn, der wird nicht lang leben, das kann ich dir sagen. Warum? Ich hab mal so gehört. Wenn man solche Tiere nicht freier Wildbahn draußen stehen lassen sollte, die nass werden, dann ist das nicht gut. Ähm. So. Ich mache jetzt das. Das wird jetzt teuer werden. Sehr teuer. Aber das wird sich absolut lohnen. So. 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 Drei Stück. Bist du schon wieder mit? Ähm. 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 Was? Go wrong tonight. Das ist immer so schöne Musik am Spawn. Aha. Okay. Das wird teuer werden. Ich rechne mir das mal eben aus. Zehn Stück brauchen wir einfach. Das sind neun. Zehn. Mal. Macht neunzig. Mal. Neun. Macht achthundertzehn. Jesus. Neck, Digga. Wir sind die Ohren von uns coupleル pro Tag im Winter. Wir sind die Ohren von uns accessing the 1958 magnet. Wir sind die Vnomel Wir sind die Ohren von meinem Zeitraum. Wir sind die Ukraine von mommy und�니다. hä 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 was versteh ich nicht weil du den radio stream geändert hast habe ich nein und mann nachgucken oder was ist alles vom alten haben ich komme hier die toten tiere in mein haus die herhängigen fessens erzähl doch mal was hast du mit deinem bahnhof vor ich hab da vor kaffee reinzubauen und zwei gleisig wird da gefahren aus holz soll er doch sein hast du gesagt ja so andere plane noch aha Wo wird der Skeleton? Da wird der Skeleton. Der Skeleton hat nicht getroppt. Du sitzt gerade am Spawn und tust nichts, oder? Wieso? Und nur so? Habe ich so ein Gefühl. Wie komme ich denn aus? Oh, das brauche ich nicht. I've got plenty. Ah, Laura. So. Hallo. Wiederscheidons. Merdias. Ah, da ist er. Yes, ich droppe einen auf die Hände. Hm. Und wieder ein Skeleton. Oh. Erzähl doch mal, was tust du gerade? Äh, ich baue den Bahnhof natürlich. Echt? Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du den baust gerade. Mit Holz. Mhm. Und da bist du gerade wo dran? Ich glaub dir nämlich... Am Gerüst bin ich gerade dran. Aha. Aha. Was denn für ein Gerüst? Ein großes. Aha. Ja, ja. Wo sind hier Windows-Skeletons? Problem ist, ich hab halt noch keinen wirklichen Plan. Von? Von der Form des Bahnhofs ist... Ich empfehle dir Schienen da, äh, reinzubauen. Ah, danke. Wofür braucht man die, oder? Braucht man die, oder? Da fahren die Süßlüge drauf. Sporttracks. Ich merks. Ich merks. Ich merks. Warum sollten da Züge... Warum sollten da Züge... Versteh ich nicht. Warum? Wieso? Warum? Wieso? Ja, wir sind hier keine Windows-Skeleton-Skals. Oder generell Windows-Skeletons. I have plenty. Nein, du nicht. Aber weißt du, was wir plenty wieder haben? Weil du im Nähter bist... Ja. ...leckt es hier schon wieder. Echt? Also bei mir leckt gar nichts. Entity-Tracker. Kann nicht weiter. Hat die Systeme geändert, oder ist der Server überladet? Er läuft 50 Sekunden hinter. Vielleicht finde ich ja die Süß. Was kriege ich, wenn ich die Süß des Problems ausfindig mache? Deinen Nähter zurück. Was willst du? Ist es? Hier sind angeblich überall... ...Witter-Skeletons. Nein. Aber ich habe diese Witter-Skeletons noch nicht entdeckt. Ah, da ist eins. Weihnachtsmann. Ich habe dir einen Brief geschrieben. Kannst du mir dein Köpfchen geben? Was? Es leckt. Ach, kratsch. Okay. Okay. Ich habe erst zwei Viserskeleton-Skulds. Aber ich brauche ein wenig mehr. Das ist echt ärgerlich, Digga. Ich bin auf der Suche nach etwas. Maggi. Er ist eine wirklich! 30 Sekunden gibt es einen. Da ist aber halt장st 우 Rover in. Da ist ein. Eine... . Eine... Eine... Was hast du getan? Ich hab was ich wollte. Was denn? Einen Bahnhof. Oder ich weiß schon, dass du nichts mit einem Bahnhof tust. Was tust du dann? Bahnhof. Ich habe gerade gesagt. F***ing Läuer. Yes, I've got three. Ich gehe jetzt einfach schon mal zurück und... Dann, äh... Immerhin einen von denen, diese Folge, und nicht die zehn, die ich haben wollte. Jeit. Ein brillanter Plan. Nein! Was? Hä? Nein! Nach deinem Bahnhof, an dem sich ja so viel getan hat, als hättest du die ganze Folge schon daran gearbeitet und nicht an anderen Dingen, um mich abzufacken. Na? Na? Was war dein Plan gerade eben? Hä? Hä? Ähm... Da hast du leider weg. Du hast eine Obsidian hingebaut. Ja. Nein! Was dann? Nein, 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 nein. Egal. Ich habe Lust. Du hast eine Menge... Ich habe Lust. Du hast eine Menge... Ich habe Lust. Was dann? Mein brillanter Plan. Was? Er ist nicht aufgegangen. Was für ein Plan? Ja, mein brillanter Plan. Digga. Warum sage ich ihn dir? Vielleicht sollte... Vielleicht werde ich ihn irgendwann mal im Laufe dieses Projektes nochmal ausführen. Und dann weißt du, dass ich das war. Okay, nächste Folge. Wie viele Minuten brauchst du? Depends. Depends on fucking what my... Depends on if I... Nein, ich werde das random... Also nicht nächste Folge, aber irgendwann mal. Du wirst es eh nicht machen. Ich kenne dich. Du wirst das jetzt schon wieder vergessen. Außerdem traust du dich nicht zu sagen, was es ist, weil es so schlecht durchdacht und peinlich war. Ja, es war schlecht durchdacht und peinlich. Die Zuschauer wissen ja schon, was ich vorhabe. Oh, es ist einfach nur noch traurig. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist einfach nur noch traurig. Aber... Ich werde keine Kosten mit Mühen scheuen und werde es nochmal probieren. Und dann wieder. 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 Eingebaut. In Obsidian. Nein. Doch. Ja, das auch. Aber das war ja nicht mein brillanter Plan. Selbst wenn das dein Plan war. Und er nicht brillant war, war er nicht mal... Also, bitte, ja? Was? Du unterschätzt mich in meinen Möglichkeiten. Du mich in meinen auch. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich kann dich sehr gut einschätzen. Wir werden das nächste Folge rausfinden. Okay. Okay. Wir werden das nächste Folge rausfinden. Einverstanden. Ich werde die ganze Folge im Neter sein. Und am Ende der Folge musst du fertig sein. Nein. Ist das ein Plan? Okay. Okay. Dann werden wir diese Folge heute etwas früher beenden. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Nein. Auf Wiedersehen. Nein. Nein. Auf Wiedersehen. Mein Bahnhof noch fertig bauen. Oh nein. Das hast du doch letzte Folge schon gemacht. Jetzt wieder geist. Jetzt wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wie sieht der scheiße aus.